Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Umgestaltungs-Informationsvideo an diesem wundervollen 1. April des Jahres 2023. Ein Tag, ab dem auf diesem Kanal und mit Jason Dax einfach alles völlig anders werden wird. Und angefangen von den spielenden Serien bis hin zu Special-Formaten krempelt sich der Dax einmal komplett auf links, wenn er denn vorher auf rechts gewesen ist, ansonsten andersrum oder gar ganz woanders hin erlebt ist und staunt. Und einiges von dem, was da kommen wird, möchte ich euch an der Stelle schon mal ein bisschen so ein Sneak-Preview geben. Könnt mich eure Meinung dazu natürlich gerne wie immer in den Kommentaren wissen lassen. Ja, anfangen möchte ich damit, dass die Spiele sich also sehr verändern werden auf diesem Kanal. Und ich freue mich besonders, dass ich nun einem meiner privaten Hobbys auch in einer Spieleumgebung frönen kann. Der ein oder andere weiß vielleicht jetzt schon, was gemeint ist oder ahnt etwas. Und zwar ist das das Thema, alles was mit Ponys zu tun hat. Also eine ganz besondere Leidenschaft hier von mir. Und da freue ich mich persönlich sehr darüber, dass hier demnächst auch My Little Ponyhof online erscheinen wird. Und ja, da erwartet uns ganz viele tolle Pony-Action. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso sehr wie ich. Ja, und sollten wir mal genug von all der Pony-Action haben, Dann gehen wir über zu entspannteren Spielen, entspannteren, meditativeren Spielen, wie zum Beispiel solchen hier. Das ist jetzt der Rock-Simulator oder auf Deutsch der Steinsimulator, wo wir hier gemeinschaftlich den Fels in der Brandung darstellen und uns da in gemeinsame meditative Schwingungen versetzen können. Da bin ich ja sehr schon sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. Und ich denke mal, das wird eine ganz tolle Geschichte, eine ganz einmalige Erfahrung, die wir dann hier gemeinsam werden erleben können. Ob als Stein, als Gummibärchen oder als Toastbrot, da fallen uns bestimmt die verschiedensten Sachen ein. Und ihr dürft da in jedem Fall sehr gespannt sein. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Herzlichen Dank! Ja, und last but not least, wollte ich ja noch ein bisschen abseits von den Spielen, die es ja ab sofort zu sehen geben wird, auch noch ein bisschen auf Special-Formate eingehen und Änderungen, die es da gibt. Zum Beispiel der allseits bekannte und beliebte Kessel Buntes. Der wird abgelöst. Statt eines Kessel Buntes wird es demnächst in einem Nachtformat Dr. Dax hilft geben. Und da können wir uns über alle möglichen Dinge unterhalten und seien es die abstrusesten Themen und Verschwörungstheorien. Also auch etwas, womit ich mich schon lange Zeit mal beschäftigen wollte. Und da werden wir dann demnächst viele Minuten, Stunden, Tage, Wochen und Monate Zeit haben, dies hier ausführlich auf diesem Kanal auszurollen. Und bis hierher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten April auf Wiedersehen.